servus leute ist das heute für mich ein super tag um sich eine folge side by side electric conversion reinzuballern super dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid wie ihr seht beginne ich meine dreharbeiten heute im außenbereich ich habe mir erstmal einen weg frei behandeln müssen in die werkstatt ja bei uns hat der winzereinbruch gehalten wir haben schnee ohne ende und es ist richtig kalt ja das freiband war richtig anstrengend aber so ein kleines workout vor dem arbeiten das war nicht das schlechteste so bin ich richtig auf tourn gekommen jetzt können wir richtig gas geben also leute kommt mit rein wir starten durch so jetzt habe ich mir erst mal einen heißen kaffee raus gelassen um mich ein bisschen aufzuwärmen bevor wir in unser heutiges thema einsteigen ladetechnik des mandrills eigentlich könnten wir das thema auch enorm abkürzen und ich sage euch einfach dass wir ein 11 kw on board charger bei unserem fahrzeug eingebaut haben da wir uns ja an den automobilen standard halten wollen so wie unsere großen vorbilder vw audi mercedes welche in den e-fahrzeugen diesen in serie einsetzen natürlich sind diese fahrzeuge dc ladefähig das heißt wenn ich schneller laden möchte muss ich erstmal eine dementsprechende dc ladesäule welche ich erstmal finden und welche auch erst mal frei sein muss und ich weiß ja nicht wie es euch geht oder wo ihr so her kommt aber hier in deutschland ist die ladeinfrastruktur bis zum jetzigen zeitpunkt noch komplett von arsch deswegen haben wir bei unserem fahrzeug einfach mal den stärksten on board charger eingebaut mit 22 kw ladeleistung ihr benötigt lediglich eine 32 ampere steckdose und los geht's 16 ampere geht natürlich auch aber mit vermindeter ladeleistung ebenso könnt ihr euch mit euren typ 2 stecker in jede x beliebige ladesäule einstecken alles kein problem multifunktional halt auch bei uns gibt es natürlich die option der dc ladung welche wir bereits softwareseitig eingeplant haben hardwareseitig haben wir es bei diesem modell jedoch nicht eingeplant da wir auf die neueste generation eines on board chargers warten von unserem favorisierten hersteller welcher im laufe des jahres auf den markt kommt so ich habe meinen kaffee jetzt auch langsam leer getrunken kommen wir zur integration ins fahrzeug wir wollen heute schließlich auch noch ein bisschen was arbeiten kommt damit in die werkstatt so schon sind wir in der werkstatt angekommen hier seht ihr gleich mal unsere neue front die wir selber konstruiert und designt haben inklusive typ 2 ladebuchse alles super integriert und was auch richtig geil ist ist dieser mandrill schriftzug wenn ihr beim ladevorgang seid fängt der schön das pulsieren an seid ihr nachts mit dem fahrzeug unterwegs leuchtet der auch dementsprechend nettes gimmick würde ich mal sagen mehr informationen hierzu also von der idee bis zum fertigen bauteil findet ihr auf unserer facebook seite mandrill electric sxs oder bei instagram mandrill.elektrik ja und hier seht ihr den 22 kW onboard charger die halter hierfür haben wir bereits konstruiert und ins fahrzeug eingebaut lackiert sind sie auch schon wir haben ja schon ein bisschen vorgearbeitet das heißt wir können einfach so nehmen und gleich mal ins fahrzeug integrieren los geht's würde ich sagen hmm so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.